Oftmals merken wir, wenn wir in unserem Alltag reduzieren und das ist momentan zwangsweise der Fall, dass wir auch reduzieren müssen, auf was es eigentlich ankommt. Vielleicht geht es dir ähnlich, dass du vor allem gerade gar nicht mehr weißt, wie du verschiedene Interaktionen überhaupt leben sollst und so weiter. Und ich will dir einen guten Punkt vielleicht heute mitgeben und das ist die Unterscheidung zwischen dringenden Dingen und wichtigen Dingen. Leider zuerst der Schmerzpunkt. Ich möchte dir sagen, auch in Zeiten von Corona-Krise, wenn du deine Zeit nicht planst und auch deine geistliche Zeit, deine Beziehungen und so weiter nicht planst, werden die wichtigen Dinge irgendwann hinten runterfallen und nur noch die dringenden Dinge werden total laut schreien. Das wären sie auch außerordentlich wichtig. Es ist so, dass momentan natürlich die ganze Situation angespannt ist und vieles reindrückt und ich will dir gerne sagen, es ist dein Auftrag, deine Zeit zu planen. Es ist dein Auftrag, in Zeiten wie diesen dein geistliches Leben zu planen, deine Beziehungen zu planen, denn du bist ein Mensch, du bist beziehungsorientiert, egal ob zum Herrn oder auch zu anderen Menschen. Und das ist total wichtig. Und diese Interaktion auch in Beziehungen bleibt gerade oft liegen, weil wir nur noch chatten können oder andere Dinge tun können. Und ich will dir heute ein paar Gedankenanregungen geben. Zuerst will ich dich aber auf eine kleine Gedankenreise mal mitnehmen. Wie komme ich denn eigentlich zu den Dingen, die mir wichtig sind? Und lass dich ein bisschen, vielleicht mit einer speziellen Frage mal abholen. Was müsste denn bis heute Abend passieren, damit das für dich ein schöner Tag war? Was müsste denn bis zum Ende der Woche passiert sein, damit der Tag für dich ein gesegneter Tag oder ein gelungener Tag oder eine gelungene Woche war? Denk mal kurz drüber nach. Es sind wahrscheinlich nicht die dringenden Dinge, die dir einfallen. Es sind die wichtigen Dinge. Vielleicht geht es dir wie mir, dass du sagst, wow, ich hätte mal vielleicht auf eine alte Form der Kommunikation zurückgreifen können. Vielleicht kann ich mal wieder einen schönen Brief schreiben. Oder ich kann vielleicht sogar nicht nur per WhatsApp-Videotelefonie reingehen, sondern ich kann vielleicht irgendeine Interaktion wieder aufleben lassen. Vielleicht warst du bisher mit einer guten Freundin immer beim Joggen oder beim Essen. Alles ist noch möglich, aber es muss natürlich über diesen virtuellen Kanal gehen. Bau den ein und lass dich mit reinnehmen und geh kreativ. Vielleicht kannst du diese Frage heute schon beantworten. Was muss bis heute Abend passieren, dass es ein gelungener Tag gewesen ist? Und beschränk dich mal auf die Dinge, die du beeinflussen kannst. Dir fällt bestimmt eine Menge ein. Plan diese Sachen ein, ganz fest in deinen Kalender. Du brauchst diese Routine. Und nimm die wichtigen Dinge jetzt mit rein. Ich grüße dich herzlich und viel Spaß bei der Umsetzung.